hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge star juvelli ja wie ihr seht wir haben gestern richtig kohle verdient 6817 haben wir jetzt brauchen wir stein holz haben wir wenig von wenig stein und wenig holz dann gucken wir doch mal wie viel wir dafür brauchen aber erstmal können wir natürlich hier wieder die mayonaise holen und was haben wir hier schönes eingelegte tomaten hat sich lecker an das erst mal weg eingelegter mais lachsbeerengelee eingelegte kartoffel pepperoni gelee brombeergelee dann nehmen wir das nächste diese weiße alge ich bezweifle zwar das war die in irgendeiner form hier benutzen können wollen wir nicht essen kommen dann können wir die wochen runde nicht gebrauchen doch die kann man essen also von daher kann man sie gebrauchen vielleicht für irgendein späteres gericht dann noch denn das kommt ja auch noch so gewürzbeere gewürzbeere müsste ja eigentlich was leckeres daraus werden oder sag ich doch dann sind wir weintraube aubergine haselnuss senfkohl artischocke und dann sind wir durch das noch okay jetzt gehen wir mal hoch das machen wir zu fuß was club wir haben die eier vergessen und außerdem das geht scheinbar das ganze jahr so wenn ich so ein bisschen am schniefen bin aber irgendwie habe ich doch sondern so eine leichte ergältung war es nicht vorher aber naja ich denke mal bei dem wetter was wir im augenblick haben kann es passieren gibt es wird in gleich gegen die wand drin kristallfrucht stechpalme und dann ja 63 25 ich wollte ja wo ganz anders hin jetzt wahrscheinlich eher gemerkt dass ich ich wollte gucken was der kuhstel kostet ja hätte ich auch unten umgehen können ist ja gut ihr habt ihr recht so hofgebäude verbessern der stahl 350 holz und 150 stein ich denke mal da heute gut zu tun da wollen wir dann doch mal so ein bisschen zu sehen dass wir bei uns im garten ein paar bäume fällen und ein paar steinchen noch weg kloppen 4 silber nicht schlecht stein 150 und holz 350 50 50 60 50 20 150 50 500 ok das war jetzt hartholz das wollten wir eigentlich nicht aber gut 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 So, immerhin 198 Holz haben wir jetzt schon. 239 258 260, also noch 90 Holz. 269 269 269 269 269 269 279 279 279 279 279 279 289 289 289 299 299 299 30 31 32 31 32 33 34 34 35 36 35 36 36 36 36 37 37 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 41 42 41 42 41 42 42 42 42 42 42 42 43 42 42 43 43 48 34 49 45 dicker ist gut ich kann nie so schnell 75 die starken sachen die sollten wir vielleicht mal übrig lassen und erst mal das wo wir viel von haben wie zum beispiel die bombe ich denke mal das macht eher sinn davon viel zu essen gut 316 317 hier ist alles abgegrast dann wollen wir mal hier so am rand ein bisschen runter gehen mal gucken ob wir das hier auch so ein bisschen frei kriegen alles 339 340 364 jetzt brauchen wir steine aber ich denke mal hier im dunkeln wenn wir dann nicht mehr viel zu kommen ich denke mal wir sollten morgen mal wieder in die mine gehen und da steine sammeln das macht definitiv mehr sinn als jetzt hier noch um zu suchen da sind die beiden die können weg die bleiben beiden beiden mal da so und das denke ich man muss hier rein dass das und das hier gut wir haben heute haben können ja noch mal gucken denn es auch 22 50 necom wir haben jetzt mehrere solange folgen gemacht dann machen wir mal eine kürzere mal gucken 1160 ist nicht schlecht viermal mayonaise 760 und dann viermal silberne stichpalme 400 macht zusammen 1160 ok ja schön dass ihr da wart ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei sein lassen daumen da kommentar vergesse aber nicht bis zum nächsten mal tschüss ein ein es es es